Der Bibeltag für diese Lektion ist 2. Könige Kapitel 7, Vers 1, 3 Kapitel 8, Vers 29. Der Bibeltag für diese Lektion ist 2. Könige Kapitel 8, Vers 29. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Könige Kapitel 8, Vers 29. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. 2. Könige 7, Vers 1. Und Elisa sagt, Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Und sie sagt, Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Und sie sagt, Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Und sie sagt, Und sie sagt, Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Und sie sagt, Der Bibeltag für diese Lektion ist 3. Und sie sagt, 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 Und sieсть Wang, Und sie reagiere, Und sie Coleeln, Und sie liegt eh, Und sie sagt, Und sie sagt, Wot däst du, andere Götzeinwoord, Ferteleier? Da sind viele, die jästlich in Hungerschnut sind. Ich freu mich so zu Götzeinwoord, und ich will das mit anderen mitteilen, so als ich dort am besten kann, der Götzeinige Not. Mir geht das so schön, wann ich kann an Götzeinwoord unterrechten. Ich hab mein Herr versprochen, dass ich Seinwoord unterrechte, wo so lang, als ich mir die Fähigkeit gebe, dort zu tun. Er hat mich sogar in mein Högereller die Kraft und Gesundheit gegevt, dort zu tun. Krijg so als ich nun do. Und du kannst auch Götzeinwoord verspreiden. Du seist vielleicht, dass du nicht predigen kannst, oder wat anders tun. Aber du kannst so eine Programme als dit mithalten, und das ist auch sehr wichtig, dort zu tun. Wirst die Matte ungestört worden, wann die Seele am Gone bliefe, und wann du die an eine gute Zeug angeschlossen hast, die Götzeinwoord flietig predigen und ungerechtet hat, dann bitte, do die ungestörtte, frend. Und wann die Missionare rutschecken, dann do den ungestörtte, bitte. Die tschöne die Arbeit nicht doene Bütte, wann den ungestört wird, seh'mo. Ein Mann seht er mal zu mir, dass er nicht predigen kann, er kann nicht singen, er kann nicht ungerechtet, oder er kann Geld machen, und er geht auch, und er braucht auch sein Geld, Gott seine Arbeit, zu ungestörtten. Das ist dann ein Dach, gute Norecht mitziteln, und zu fragen, sie wie stel und da eine Nost. Da eine Götzeinwoord nicht mit anderen mitziteln. Das ist eine besondere Norecht. Und ja, das Valk, und die Tjenige Tjema, und das Lager und Nen, und da wir sehr viel eten, genoeg für alle, die da in Samaria wiren. Da wir genoeg eten von der Grote Armee, seh'mo. Woeveel duzenden zildaten wiren da in die Armee? Aber die wiren nu alle utgerätst, und nu wir daat eten da, für das Valk, da die Vergennacht nicht stoppen können, wir in Hunger. Nu es eine Grote Ongesheit passiert, ewe Nacht, kann eine sagen. Elisa zin Prophezei, wie ein Buch stevlig erfüllt. Aber die Iserliette vergaten, seh es wenn, wo Gott die Herr zu Anwege warst. Er kommt nun bei das achte Kapitel. Die erste zwei Vars. Dann zäht Elisa, zu die Frau, wem sein he hat, vom Daut teruggebracht, sto up und go, du und deine Familie, und wohn, wo er immer du eine städvinge kannst, denn die Herrgott hat eine Grote Hungersnot angestalt, und dort wird auf das Land kommen, für sieben Jahre. Und die Frau mög sich reid, und das so, als die Gottesmann zu Armee gesagt hat, und sie jengt mit ihre Familie, und wohnt in das Verlistenland, für sieben Jahre. Jo, nun kommt weiter nach Hungersnot, und dort erst in gerecht, ab dort nördlige Tönigrich Israel. Gottes Liebe ist unendlich, und durchleuchtet jedes Herz. Sie vergibt dir deine Sünde, nimmt die Sorgen und den Schmerz, denn vor fast zweitausend Jahren kam Gott als Mensch auf dieser Welt. Doch man hat ihn nur verachtet, hängte ihn als Gott auf Golgatha. Golgatha, 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 Jesus stand für uns auf Golgatha. Deinemisch, Liebe heilt die Wunde, macht dein Leben völlig neu. Hat das Böse überwunden, nimm sie an und bleib ihr treu. So erzähl von Jesu Liebe, wie er starb und wie er auferstand. Sei ein Licht, das hell erleuchtet, eine dunkle Welt, die Gott beleidigt. Gurgeltag, Gurgeltag, Jesus starb für uns auf Gurgeltag. Die größte Zeit hat er verbracht, auf Gurgeltag. Gottes Liebe ist unendlich und durchleuchtet jedes Herz. Gottes Liebe ist unendlich und durchleuchtet jedes Herz. 3.5. 4.5. 4.5. Und dann sagt er, dass die König ein Befehl geeft, Und dann sagt er, dass die König ein Befehl geeft, Und dann sagt er, dass die König ein Befehl geeft, Und dann sagt er, dass die König ein Befehl geeft, über dem Ben-Hadad seine Armee. Wir lachen von dem in der 19. Kapitel in der ersten Zeitung in der 15. Versch, und der Herr hat sie zu ihm auf den Weich, der nur die Wildnis in Damaskus und, wenn du aber dort kämpfst, dann du dem Hasael einsolver als König über Syria, das wird der Elia. Also sei dort das Hasael es all als König eingesolvert über Syria, er soll König sein, nur dem Ben-Hadad. Und er wird hier nur bloß daran, dass er Königstorfer wird, sodass er kann König sein. Dass wir immer ein Problem in die Dauw, wir immer soll König sein, nur dem die König wir oft hatten sehen wir, oder ein General, oder ein Zest wir, wird dann nicht sei er tröre, wann die Ola König gestorfer wird, wenn sie wist, dass er nun wird König sein. Hasael geht nun dem Elisa zu trafen, und mir ist so, er ist nicht sehr begeistert, oder Ewe. Er bracht ihm auch ein deil Geschenke, nehmt er ein Tienderfasch. Und so ging Hasael er am zu trafen, und nehmt ein Geschenk mit sich, von all das Goudet in Damaskus. so viel als viertych Kamele drogen können, und siem ein Stund verramen und sieht, den Sein Ben-Hadad, die König in Syrien, hat mir nur die geschickt an zu fragen, wo ich von dieser Krankheit gesund wurde. Und Elisa sieht ihr an, go und sieht ihr an, du kannst wirklich gesund wurde. Und da hat die Herr gott mir gewesen, dat hij sicherlich stoffen wordt. Maar so, als Elisa dort sieht, dat Hasael zu dem König sei soll, dat hij kan gesund worden, wordt die König sich sehr freu über dem Hasael, wat dat nicht sehr gefalle hat. Aber als hij dann sieht, dat die Herr am angewiesen hat, dat hij stoffen wordt, haft Hasael vielleicht gewundert, wat hij damit meint. Aber hij wordt sich auch gefreut wie es nu wordt hij tjeinig sein. Aber sie wordt Elisa nu dat. Auf der Farsch. En hij lebt zijn gezicht volle, wat hij zich schemt, en die Gottesman hield. Nu es die Hasael wirklich bedürzt, wat es doet. Hij sagt zu Elisa to Auf der Farsch, en Hasael zegt, worum hield mein Herr? Die Hasael wist, dat die Benhadad had geproofd dem Elisa an te brengen, worum wat hij nu veram hielen? Aber Elisa hield nicht verdem Benhadad. Zei wat hij zegt, en ek wonder, wo des Hasael dan wordt geveeld hebben. Laatse poort van hem vast 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 en hij antwoord, wist ek weet, wat van bezit du done warst tot die Israël zijnst. Du warst den er fast ing dol branden met veer, en er jonge mannen warst met het zweet dood maken, en warst die kleine kingen to bite slone, en die vro is met kind, wo is to op snide? Zei maar, Elisa had zijn volk leef, hij had zijn gat leef, hij had zijn land leef, hij had zijn dienst leef, den gat hem gejeft had als een profet. Over dit dat hem nu zeer we in zijn hart, wist de ben had het weer slem genoog gewaast, van Elia aan me had ingesoft als chenig, dat is Hazael zich nu verstalen, als van hij zoon ober niemals doone wordt. Ober Elisa weet beter, dret die in de vars, en Hazael zeid, ober wat, is dien den een hond, dat hij zoon besonder doone wordt? En Elisa zeid te aan, ik her, God haft me gewezen, dat du chenig saas zanne iwe zier ik weet je of hij werkelijk zo dacht, dat het zo wordt zanne als een hond, wat alles krijgt, wat hij lot deed, hij weer een arm menschlicher chenig. 14 en 15 varsch, en zo verleidt hij Elisa en cemno zijn meester, die te am zeid, wat zeid Elisa to di? En hij antwoorden zeid, hij zeid to me, dat du wist zecherlijk gezond worden. Nu passeert dat die nijste marie, dat hij een dikket bij zeig neem en duk dat en water, en spree dat hij wil zien je zegt, zodat hij starf, en Hazel regeert, en zine steed. Die Hazel kan goed leeg, en dat is wat Elisa meent en zeid, jo, hij lege te heere, dat hij word gezond worden, en dat word ook zine, wat Hazel te am zee would, aber hij wordt niet gezond worden, hij wordt starven. Dat everheid van dit kapitel is niet leeg not te folgen, wils dat is alles toop en bet verweckelt. Aber ek lees nu, zaste ende bet 19 vers. En en dat fefte jah, en dem Israël tjenig ahab zin zin joram, en Jehoesafat dan tjenig weer een juda, vond Jehooram dem Jehoesafat zin zin aan te reëren en juda. Hij weer 32 jaar oud als hij aan vong te reëren, en hij reëert acht jor aan Jeruzalem. En hij wandelt en de Israël tjenige er weer zo als dem ahab zine noval je dede, dan dem ahab zine dacht er weer zine vro. En hij deed dat wat bezweer en dem her got zine ogen. En dacht weer die her got nicht wellig juda te vernichten am zine doof zine halve, zo as het am je zicht hod am de lamp te jebe te zine ziens ver emma. Nu is go te zine wo am dem her got dat slecht ge veld van gottes vechte lied zich bevrie met gotloze mens want die hoorn ook dem gottes vechte je hoes zine zine weer bevrie die zich met de ahab en is ebel er dacht en der er beze en fluss zicht het dat hij en de israel tjene er weg wandel 23 en 24 vaders en dat ever het van wat je hoorn deed alles dat hij deed is dat niet doel geschreven en de chronike beker van de tjenig en juda en je hoorn starf en am wat begroef bij zine vaders en doft zine staat en zin zin ahazia reëerd en zine sted zase in 27 vers en ahazia werd 22 jaar old als hij anfang te reëren en hij reëerd weer atalia ze weer dem israel tjenig amrei zine dochter en hij wandelt en dem ahab zine weg en die dort wordt bezweer en dem hergat zine uge zo als dat ahab geslacht dan hij weer een schwer zijn tot die ahab familie nu is het en te worden dat israel anfang bij of te goene als johram en ahazia wat tjenig over juda hij deed zich vereen met johram die israel tjenig jagen die zieren armij te tregen johram wordt door verwond en jeng treg nu jasrael om door je hout te worden van zine wonder die hij door je tregen had hem terug jagen die zieren an 28 en 29 vers en hij jeng met johram dem ahab jaseel die zieren tjenig beramat gelegen en die zieren schlug dem joram en die kenig joram ging tregen jasrael door uitehele van die wunde die hij getregen had als die zieren jone am verwond had en ram als hij met dem zieren jaseel getregen had en ahazia dem johram sim seen die chenig en juda reis nu dem ahab sin seen joram en jasrael am dat te beziek het wil zijn krank weer ik seen am anfang van dit paard dat dit een beetje zwaar weer te verstoene ob wanne we behouden dat daar een johram weer die tjenig wie een juda en dan ook een andere johram die namle genomen ober een andere tjenig die tjenig wie een israël dem johram en israël wordt ook manchmal joram genaad en dat nekste kapitel waar we zijn wat met aan perseerd als hij door in israël weer uitgeheeld te worden van zine wonder en wie worden een man traffen dem zijn noem je hoe is en wie worden ook zijn wat met die is wel passeer te worden op dat is voor het nekste maar dan gottes ergen mene frend jesus breit versprak exkrieg of bref hij on zich selst en je bet en hij nu die hef die op van die am best hij haf hoort niet veert hij de kien schuld jesus staf dall van ik ver de v v v v v v v v Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!